Hallo, wie geht's? Ich bin ja schon unterwegs. Ich habe einen Kaffee. Halt dich durch, ich komme. Hab keine Angst. Ah, mein Eifel ist kaputt. Ich bringe dich ins Krankenhaus. Dankeschön. Tschüss, ich gehe jetzt. Ich muss auf die Baustelle. Ich bin ja schon unterwegs. Ich bin ja schon unterwegs. Ich bin ja schon unterwegs.